Karl-Heinz fährt nach Sachsen, wo schöne Girls auf Bäumen wachsen. Sein Geldbeutel ist dick, sein Girlfriend ist so schick. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girlinsatz empfand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girlinsatz empfand. Dann fährt er nach Chemnitz mit seinem Opel wie der Blitz. Sein Girls rennt, sie ist auch dabei, sie fühlen sich so frei. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girlinsatz empfand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girlinsatz empfand. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girlinsatz empfand. Karl-Heinz fährt nach Warnemünde, dafür hat er Gründe. Er bringt ja auch Bananen mit, sein Golfrind ist der Hit. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt mit ihr nach München, sein Girlfriend darf sich alles wünschen. Bei Weißbier und bei Sauerkraut, da hat er sich ihr anvertraut. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fängt an, wie wir uns nicht mehr nach Deutschland zou Cellcard machen in Sachsen. Vielen Dank.